Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Gamma und bereits in der zweiten Folge bin ich hier im Gefängnis, zusammen mit SamLP. Ja, ich passe aber nur auf. Ja, damit ich keinen Blödsinn mache. Ich war nämlich vor Gericht, weil ich einige Straftaten begangen habe und jetzt muss ich halt dafür gerade stehen in Form von 10 Minuten Gefängnis in der Folge und ich darf nicht vorspulen und kann aber Fernsehen gucken, dieses wundervolle Programm hier. Und, äh, ja, dann weiß ich eigentlich auch schon gar nicht mehr, was ich sagen soll. Der Stoff ist mir schon ausgegangen. Vielleicht kann ich ja nochmal auf meine Straftaten eingehen. Also es waren schon sehr gravierende Sachen, die hier vorgefallen sind. Ich habe mich zum Beispiel töten lassen von einem der Mitspieler, der hier auch im Hintergrund gerade wieder gemutet zuhört. Und das ist halt schon ziemlich derbe und dass man da einfach stirbt, das geht einfach gar nicht. Da muss man einfach in der Gitter. Das kann man, denke ich, nachvollziehen. Und sonst hätte ich halt gebannt werden müssen. Und das ist ja nun auch keine Alternative für mich. Und ja, deswegen haben wir es dann so gelöst. Und ich denke mal, das ist ein zufriedenstellendes Ergebnis. Ja. Na? Und ihr könnt auch mal den Chat voll spammen, Grasflag und so weiter. Ihr seid ja auch in der Beschreibung verlinkt. Und da kann man dann schön die zahlreichen Videos angucken, die sie täglich hochladen. Ist auf jeden Fall stark. Und ja. Ja, ja, ja. Na, so einen Spam meine ich jetzt eigentlich nicht. Na, sonst reporte ich euch. Ja. Du musst, glaube ich, wie lange hast du jetzt schon aufgenommen? Ähm, ich bin jetzt bei... Boah, ich sehe es ja gar nicht. Ich glaube, bei zwei Minuten oder so. Na, okay. Dann brauchst du noch acht Minuten. Ja. Dann ist das super. Hast du deine anderen Strafen noch schon offiziell? Ich habe gar nicht zugehört. Ähm, meine anderen Strafen... Also es waren schon ziemlich viele krasse Dinger, die ich gemacht habe. Und meine anderen Strafen sind halt hier zum Beispiel mit Rituary anfangen. Weil da habe ich irgendwie keinen Bock. Und das muss ich aber jetzt. Sonst, ähm, wie gesagt, bannen. Und, ähm, ja, dann... Was muss ich noch machen? Hilf mir mal für die Sprüge. Ähm, fünf... äh, drei, sechs Diamanten sammeln. Das darfst du aber in Zeitraffer machen. Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge. Und dann noch gemeinnützige Arbeit. Ja, zwei Stunden insgesamt. Aber das muss halt nicht aufnehmen, zum Glück. Das wäre es ja noch. So. Ja, könnte jetzt hier ein bisschen langweilig für die Zuschauer sein. Aber es ist wie bei Broken Thumbs damals. Das muss einfach sein. Ich könnte jetzt hier irgendwas anderes zocken und das hier minimieren, das Bild. Aber das mache ich mal nicht. Weil ich keinen Bock habe, noch was aufzunehmen. Und weil ich nicht weiß, wie ich das schneiden soll. Jo, hallo zusammen. Ich bin wieder zurück. Ähm, nach einem kurzen Cut. Tut mir leid. Äh, ja. Was machen wir denn jetzt noch? Ich kann ja hier auch nicht viel, äh, machen. Ich weiß es nicht. Ich habe mich gerade erschossen. Ja, da... Seemir Gerkan passt ja auf. Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt könnte ich theoretisch... Das ist, ähm... Das ist... ...Gradfleck, der sich... ...beine... ...der die ganze Zeit rumballert. Ja. Das ist schon krass. Lass mich. So, da ist doch wieder Fisch. So, ich muss jetzt schon so vier Minuten oder so Fall haben. Oder fünf. Ja. Ja. Vielleicht blende ich hier ein bisschen Musik ein, oder was weiß ich. Ähm... Aber wir haben ja noch gar nicht alle Straftaten aufgezählt. Was ist denn noch so vorgefallen? Ach so. Na, was hast du denn... Was... Weiß ich nicht. Ja. Ja, ja. Wir haben es doch gestern als aufgezählt in der Gerichtsverhandlung, ja. Ja. Denkst du, ich merke mir das noch? Na, habt ihr nicht noch die Liste? Ähm... Du sollst eine schöne Geschichte erzählen. Zum Beispiel... Äh... Von einem... Deinem Lebensort Mongolei. Ja, da will ich ja Kassierer werden. Das muss auf jeden Fall sein, bald. Ähm... Ist mir so eingefallen bei ALT Süd in der Mongolei. Wollte ich mal anfangen. Wäre ganz krass. Ihr müsst wissen, Markus ist unser Mongo. Ja, das sieht man auch hier im Morph. Oder unser... Oder unser... Bastenflosser. Nein. Oh. Das Vieh sieht einfach mal so... Dumm aus. Jungen, die Leute sind ein Gasgeräusch. Oh, mein TV-Sachkater will sich ausschalten. Das machen wir mal zurückgängig. Das macht auch immer. So. Jetzt bauen wir wieder rum. Mit dem Flensmord muss ich mich auch noch mal auseinandersetzen. Das machen wir dann mal. Damit kenne ich auch noch überhaupt nicht aus. Bis jetzt. Naja, wir haben vielleicht eine Planung, dass wir vielleicht mal irgendwie so einen Waffenkrieg machen. Hm. Da könntest du ja auch mal für deinen Kanal aufnehmen. Wegen PvP, ne? Ey, du Weife. Oh, Mann. Ich blende gleich den Chat aus. Du musst eigentlich nur noch ganz wenig, vielleicht fünf Minuten, das ist so. Ja, ich guck mal gerade. Weil du hast ja einen Cut gemacht wahrscheinlich, oder? Ja, hab ich. Jetzt noch drei, vier Minuten ungefähr, um sicher zu gehen. Na. Dann gibt's Bann dreimal. Nein. Bitte nicht. Ach ja. Übrigens, wir haben eine Mapform gebaut, gell? Dass wir jetzt unendlich XP bekommen. Ja. Ja, und dann werden wir uns wahrscheinlich damit verbinden, dass wir dann automatisch, ähm, enchanten und die Bücher und so einen Quark machen. Mhm. Dass man dann automatisch gute Waffen hat. Jo, das ist auf jeden Fall geil. Naja, ich bin da immer noch so ein bisschen am rum... Ey. Ey, was soll das? Ich hab doch nichts gemacht. Leu. Niklas hat dich eigentlich falsch eingetippt. Wie, wollte er wieder Text mal Punkt schreiben, oder was? Ja, er hat nur ein großes Kart diesmal hingeschrieben. Und das hat aber anscheinend doch reingehauen. Oh, scheiße. Ja, da muss er aber dran denken, Niklas. Jetzt komm ich nicht mehr ran. Rauf. Ja, warte. Zählt das ja zumindest zu meiner, äh, Haftzeit, oder muss ich dann nochmal drei Minuten dranhängen? Das, glaub ich, bleibt. Prost. Okay. Zählt, glaub ich, dazu. Ich kann ja nicht. Ich kann ja mal kurz in die Minecraft Galaxy-Welt gehen. Ne, es geht schon wieder. Müsste ich ja eigentlich... Achso. Im Band haben. So. Ja, jetzt liegt das gestorben. Naja. Wäre nur gerecht. Irgendwie muss gestorben wahrscheinlich Ben oder so mal wieder. Na, ich guck mal, wer ist es? Ja, Ben. Ne, ne, ne. So. Okay, mal sehen, was ich dann für den Rest der Folge mache. Wahrscheinlich schon mal anfangen mit meinen oder so. Mh, du könntest eigentlich, also ich wollte es vorschlagen, du fängst damit mit Witchery an. Hm. Ja, ich kann ja schon mal zeigen, was ich so gemacht habe seit der letzten Folge. Hast du überhaupt was gemacht? Ein bisschen. Kennst du doch. Ja, du hast dieses Mongofi da geholt. Ja. Nicht nur das, ich habe auch die Farm angelegt. Die Witchery Farm. Und, ähm, muss man mal gucken, wie das weitergeht. Und ich habe mir schon 16 Clayjars im Ofen gebrannt. 16? So viel. Ja, eine anspruchsvolle Aufgabe auf jeden Fall. Krass, krass. Na. Da gibt es gleich ein Like von Grassflake. Das möchte ich auch hoffen. Oh, mein Handy geht die ganze Zeit wieder. Du könntest dir ja auch irgendwann mal so einen eigenen Drachen machen, wenn du wirst. Hm. Ja, genau. Weil ich und Niklas haben wir jetzt schon einen. Könntest du das dann auch machen. Nein, ich will mal auf jeden Fall auch mal mit Tinkers Construct ein paar Werkzeuge machen. Ähm, die Spastenflosser Gruppe, die spammen gerade, das weiß ich nicht. Ähm, ich denke da eine andere Gruppe. Aber ich will den Namen hier nicht sagen. Nee, den sage ich jetzt nicht. Sonst sind mehr Leute wieder böse und wollen mich anzeigen. Und das ist nicht so schön. So. Kann ich jetzt eigentlich raus langsamer? Wie lange nehme ich jetzt raus? Ähm, brauchst noch ein paar Sekündchen, glaube ich. Okay. Also machen wir nochmal so eine Minute oder so, dann darfst du auch raus. Na. Noch zwei Minuten. Okay, dann machen wir halt noch zwei Minuten. Okay. Ist ja auch kein Verlust. Ein bisschen ja das HIV wechseln, das ist auf jeden Fall geil. Ich glaube, das ist von einer der langweiligsten Folge von deinem. Ja, ich glaube, das wird die Spannendste. Achso, na dann. Entschuldigung, habe ich vertragen. Ja, man muss doch bedenken, meine anderen Videos, wie schlecht die sind. Du musst echt mal wieder irgendwo ausrasten. Ja. Na, ich habe ja mal auf Klasse 10 eh so ein Video hochgeladen. Und könntest du vielleicht bitte das Flatout-Video bitte nicht mal auf Privat stellen? Ne, das bleibt so. Nein, weißt du warum? Das ist eigentlich voll die gute Idee, weil du dadurch wird, wenn da halt welche sagen, ja, da rastet bei dem und dem aus, da werden auch noch andere auf dich aufmerksam und dadurch wollen sie auch mehr davon haben. Ja, aber ich will, ich will nicht noch mehr Videos machen, wo ich da ausraste, weißt du? Ich will kein Elo-Trick sein. Aber mittlerweile muss man ja irgendwie auf sich aufmerksam machen, wenn man halt nur so auf sich aufmerksam macht. Ja. Ich weiß, vielleicht kommst du ja raus, durch das eine Ratschläge. Ja, aber ich kann irgendwie gar nicht mehr so ausrasten, weil das zieht mich jetzt nicht mehr so hoch, Flatout. Weißt du, da hatte ich mal eine aggressive Phase zu der Zeit, wo ich das aufgenommen habe. Ah, die ist jetzt rum. So, und ich stehe jetzt auch kurz vor den 200 Abonnenten. Es kann sein, wenn die Folge kommt, dass ich die schon habe. Da bin ich auf jeden Fall schon mal dankbar. Und, ja. Ich freue mich natürlich immer über jeden Kommentar, der immer auch so reinkommt. Ähm, nein, Niklas, du hast mich eh nicht abonniert. Ähm, deswegen... Bin, der abonniere ich dich halt. Nein. So, ich glaube, ich habe jetzt meine Strafe abgesessen. Ja, ich tue dich dann auch mal raus. Okay. Doch, Niklas. Ich muss auch mal wieder das Tageslicht sehen hier. Ich brauche doch wieder ein bisschen Minecraft-Bräune. Oh. Jetzt schlagen sie mich wieder. Nein. Du hast natürlich nicht den Fernseher ausgemacht. Noch mal rein. Okay, warte. Nee, ich... Das ist alles Stromkosten. Ja, ich weiß. Das geht jetzt auch um die Höhe immer. So. Dann mal hoch. Na. Zack. Ich sterbe immer an dem Scheißzaun, ey. So. Zufrieden. Oh Mann. Ich kann das eh selber abbauen. So. Okay, dann zeige ich noch mal kurz, was ich gemeint habe. Jetzt am Ende der Folge. Was euch so die nächsten Folgen erwartet. So. Hier haben wir das schon mal. Meine wunderschöne Wohnung. Äh, natürlich erst mal hier in einem PC mit Minebay gekauft. Wo ich mir dann auch schon ein Pferd gekauft habe. Ähm. Und hier so ein kleiner Tag. Und andere Sachen mit Diamanten, wodurch du halt Farf der Bordest. Ja, genau. Ich habe zum Beispiel ein Netterstar vor 32 Diamanten gekauft. War da nicht so sinnvoll. Aber naja. So. Auf jeden Fall. Hier ist mein Bitjuri-Feld. Das kann ich gerade mal abernten. Warum steht da Bitjuri drauf? Tja. Das, äh, einfach nur so. So. Boah. Scheiß, Viecher, äh. Ey, wir will auch mal ein Vieh haben. Ja, na dann, äh, bauen wir hier so eine Pflanze ab. Dann kommen die raus. Ich will auch so ein Monkos sein. Das glaube ich dir. Yeah. Die Viecher einfach mal aussehen, ey. Ich weiß jetzt auch noch gar nicht genau, was ich mit den Pflanzen dann anfange. Muss ich mir noch mal ein paar Sachen angucken, bevor ich dann die nächste Folge mache. Zack. Oh Mann. Mensch, Niklas, jetzt geht er mal hier weg. Oder ist er das? Ja, natürlich. Wer auch sonst? Ja, aber ich hab das mal geschaut. Ja. Naja. So, dann packe ich mal alles weg hier. Ist natürlich auch, wirft jetzt wieder ein gutes Licht auf mich, dass ich direkt in der zweiten Folge an das Projekt im Gefängnis war. Ist natürlich stark. Mhm. So, ich glaube, da wird das nichts mit der Karriere mit dem Kassierer in der Mongolei. Ich bin ziemlich nicht. Das schreibt mir alles dann hin. Keine Sorge. Nein. Ich bin vorbestraft. So, hier noch so ein kleiner Verzauberungsraum. Aber irgendwie braucht das keiner, außer ich. Deswegen hab nur ich den. Ja, wir machen ja sowieso bei dieser, ähm, Auto-Enchantment-Zeugs. Ja, deswegen. Und mit Tinkers Construct ist sowieso nochmal ein ganz anderes Level, als hier einfach zu verzaubern und mal. Alter, wie laut. Das übersteuert hier wieder. Ja, du musst es wahrscheinlich dann einfach mal. Leise stellen, ne? Ja. Und hier haben wir meinen Kopf mit Glatzer. Illegale Drogenküche. Wieso, wo? Mein Verzauberungsraum, oder was? Was kommt hier eigentlich noch rein in den Raum? In welchen Raum? Hier gegenüber von mir. Ähm, das wollte eigentlich mal Ben sein Haus werden, weil er wollte halt oben ein Haus machen, aber durch die ganzen Tornados am Anfang. Also, dass ich gedacht, ne, da wollte er unten drunter alles machen. Okay. Naja, sicher. Wir wollten erst oben machen. Vielleicht machen wir das auch noch. Ähm, aber dann das später, wenn wir hier unten fertig sind. Oder so. Jens Uf und Jean-Pierre. Was soll denn das jetzt? Oh. Ja. Die haben aber keinen YouTube-Kanal. Die kann ich nicht verlinken. Naja, egal. Die will ich grüßen. Wie beim Ultratalent, gell? Wie beim Ultratalent, gell ich mal in mein Haus. Meine besten Freunde. Ja, ich dachte, Miguel ist dein bester Freund. Echt mal. Sollten lassen. Da besteht aber jetzt ein bisschen Redebedarf hier, würde ich mal sagen. Hallo, Niklas. Ja, nach der Aufnahme geht's dann los. Der hintergeht mich einfach. Ich würde sagen, ich beende dann mal die Aufnahme, bevor es jetzt zum großen Streit kommt. Und wir sehen uns dann der nächsten Woche wieder. Am Montag, 16 Uhr. Schaltet alle ein. Und ja, da mach ich dann ein bisschen Farmen oder Witchery. Mal sehen. Ähm, und ciao. Ciao. Okay.